Normalerweise wird genau das ausgedruckt, was Sie hier sehen. What you see is what you get, sozusagen. Also, wenn ich auf Datei Drucken gehe, dann sehe ich hier die Vorschau. Dann sehen Sie, die Überschrift und die drei Tabellen sind auf der Seite ausgedruckt. Soweit so gut, aber ich möchte die untere rote Tabelle gar nicht mit ausdrucken. Dann können Sie diesen Bereich markieren und entsprechend kennzeichnen. Es reicht nicht, ihn zu markieren, sondern Sie müssen auch unter Seitenlayout Druckbereich, Druckbereich festlegen. Und nachdem Sie das gemacht haben, können Sie in der Vorschau, also unter Datei Drucken, feststellen, dass nur dieser Bereich in der Vorschau im Ausdruck erscheint. Es hat also alles geklappt. Dabei ist nebenbei ein Bereichsname entstanden. Bereichsnamen kennzeichnen bestimmte Elemente und erscheinen normalerweise hier in dieser Liste. Normalerweise nur deswegen, weil es da ein paar Einschränkungen gibt, aber der Druckbereich gehört dazu. Der gibt an, welcher Bereich ausgedruckt werden soll. Technisch können Sie natürlich hingehen und sagen, ich möchte diese Überschrift und diese Tabelle haben. Also die erste ist so markiert und dieser zweite Bereich mit gedrückter Steuerungstaste. Und auch das lässt sich als Druckbereich festlegen. Ein nicht zusammenhängender Bereich. Sie werden aber feststellen, dass es nicht besonders zufriedenstellend ist, was dabei rauskommt, denn diese Bereiche werden auf getrennten Seiten ausgedruckt. Wenn Sie das also mal wirklich brauchen, dann sollten Sie hingehen, den gesamten Bereich kennzeichnen als Druckbereich. Der überschreibt immer das vorherige. Und die dazwischenliegenden Elemente hier per Rechtsklick einfach ausblenden. Und dann sehen Sie im Dateidrucken, dass das dabei rauskommt, was eigentlich geplant war. Der Druckbereich, ich gehe mit Escape mal wieder zurück und mache das alles mal wieder sichtbar. Der Druckbereich ist ein spezieller Name, ein Bereichsname. Und das bedeutet, Sie finden ihn unter Formeln im Namensmanager. Und da ist dann auch zu sehen, auf was er sich wirklich bezieht. In diesem Fall jetzt auf das Blatt Familienbudget und dort auf die Zellen B2 bis O23. Das ist das, was markiert war. Diese Bereichsnamen sind sehr vielseitig. Das ist hier sozusagen mehr ein Abfallsprodukt. Es ist ein reservierter Bereichsname. Das heißt, den sollten Sie auch nicht selber erfinden sozusagen, sondern der ist speziell für das Ausdrucken gedacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist hier sozusagen mehr ein Abfallsprodukt.